Servus YouTube und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Newcastle United. Wir sind am Start mit der 20. Episode und heute jedes unter anderem gegen Leicester City. Das heißt ein Fein, der in Realität momentan richtig gut drauf ist. Allerdings heute gegen Bournemouth nur 0 zu 0 gespielter Jamie Wardy aus 6 Metern vergeben und Riyad Mahrez in Elfmeter vergeben. Also irgendwas ist da momentan nicht ganz richtig. Vielleicht können wir das natürlich heute für unsere Günsten oder Gunsten nutzen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Da würde ich mich darüber freuen. Das ist eine großartige Unterstützung. Ich denke mal mittlerweile wisst ihr da Bescheid. Wir scouten mal wieder so ein paar Spieler, unter anderem Andrei Kramaric von unserem nächsten Gegner von eben Leicester City oder auch den Kollegen Patrick Bamford von Crystal Palace, der ja momentan in den Medien ist, weil er so ein kleines Problem hat mit Crystal Palace, ist ausgeliehen von Chelsea und möchte nicht mehr länger bei den Eagles sein. Warum? Kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, aber darum geht es jetzt nicht, denn wir machen jetzt einen kleinen Schritt nach vorne und zwar in die Bundesliga. Da haben wir unter anderem Maximilian Philipp, den ich aus irgendwelchen Gründen gescoutet habe, genauso wie Daniel Opares, Sven Ulreich, Simon T. Rodde und so weiter und so fort. Das alles sind keine Positionen, auf denen wir wirklich Bedarf haben, aber wir können natürlich trotzdem gucken und das machen wir immer mal wieder. Ich denke mal, ihr wisst mittlerweile Bescheid. Da habe ich richtig, richtig Lust dran, beziehungsweise Spaß dran. Mir haben da irgendwelche Spieler zu suchen, die mir gefallen und einen davon, da bin ich mir relativ sicher, dass der im Winter kommen wird. Wer das ist, sage ich euch nicht. Übrigens nicht im Winter, sondern im Sommer. Nur bei uns ist es Winter, auch wenn es keine niedrigen Temperaturen sind. Wir machen unsere Startausstellung für das Spiel gegen Leicester und wir sind noch nicht ganz fertig, denn wir haben noch fünf Tage bis zum Spiel. Dementsprechend ist es sinnlos, momentan die Ausstellung zu machen mit den Spielern, die nicht ganz fit sind. Wir haben hier noch ein paar Spieler dazubekommen, unter anderem den Kollegen Ola John, den wir aber genauso löschen wie den ganzen Rest. Sebastian Pocconioli, ehemaliger Hannoveraner, den löschen wir nicht. Aber ansonsten gucken wir uns nur so ein bisschen was an. Alex Tejic zum Beispiel, Gilberto, dann haben wir Riccardo Saponara unter anderem. Also wir haben wirklich interessante Spiele, auch Nolan Roux, der eventuell gerade, weil er in der französischen Liga spielt und Franzose ist, von Saint-Étienne interessant ist. Aber ob da irgendwas passiert im Winter, naja, wir werden sehen, was mit Mitrovic noch wird. Bacuayi ist auf jeden, warum eigentlich im Winter, im Sommer, was mit Mitrovic noch wird. Bacuayi ist momentan unsere Granate und als Auswechselspieler reicht definitiv. Mitrovic, der wird heute wieder Auswechselspieler spielen. Perez auf der 10 hinter Bacuayi. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Newcastle United zu Gast bei den Foxes im King Power Stadium Leicester City empfing als Aufsteiger der letzten Saison Newcastle. Momentan sieht es bei den Foxes gar nicht mal so schlecht aus, wie man es eventuell vermuten könnte. Die Fans sind zufrieden mit der Klubführung und natürlich auch mit Trainer Ranieri, der einen klasse Job macht und unter anderem den 16. Tabellenplatz also momentan einen Nicht-Abstiegsplatz zu verantworten hat. Bei Newcastle sieht das Ganze ähnlich aus. Kein Nicht-Abstiegsplatz, sondern sogar ein Euro-League-Platz mit dem 5. Momentan. Da sieht es richtig gut aus bei den Magpies. Das ist das, was wird. Zwei Spiele Vorsprung. Formtabell im 6. Sunderland vor dem direkten Lokalrival. Und heute könnte man natürlich diese Punkte Vorsprung ausbauen. Im Tor-Rebellion Kapitän Musa Sisoko mit von der Partie. Genauso wie ganz viele andere interessante Spieler. Wir schauen uns die Ausstellung natürlich. Wir sehen, Lester hat sich in den letzten Jahren, in den letzten Monaten sehr gut verstärkt. Und dementsprechend können sie natürlich gegenhalten. Gegen Rob Elliott, Dix, Mbemba, Zuma und Haidara. Ja, Jan Mart saß heute nur in der Reserve, beziehungsweise auf dem Publikumsplatz. Sisoko, Cano-Perez im Mittelfeld. Perez natürlich weiter vorgezogen. Und vorne, wie immer, die offensive Dreierreihe. Die ehemalige League-Ein-Triple-Reihe. Ja, mit Florian Thauvin, mit Michi Batshuayi und mit Paul George. Und im letzten Spiel hatte Michi Batshuayi drei Tore erzielten. Hat-Trick gemacht in den letzten drei Spielen. Ja, aber nicht in einem. Also keinen direkten Lupen-Reihen-Hat-Trick, sondern nur ein Spiele-Hat-Trick quasi. In den letzten drei Spielen jeweils einmal getroffen. In der Summe, wenn man das Ganze ausrechnet. Das Ganze sollte sich heute natürlich fortsetzen. Der Belgier bisher mit richtig guten Statistiken. Und es ging super los für ihn und sein Team. Denn das gibt das Foul hier von Ben Alouan. Gerade mal vier Minuten gespielt. Und Massio Haidara, der Franzose, ist zu schnell für den Tunesier. Der foult und es gibt den Elfmeter. Und die gelbe Karte für ihn und das vollkommen zurecht. Das war sehr, sehr ungeschickt, wie er da in den Zweikampf reingeht. Und das geschenkt kann der Linksverteiler von Jukas natürlich nicht ablehnen. Felt da und es gibt den Elfmeter. Jose Perez, das ist eine Aufgabe für den Spanier. Und die nutzt er auch 1-0. Sechste Spielminute die Führung für die Magpies. Ganz früh in der Partie. Und da freuen sich natürlich alle mit dem jungen Spanier. Der endlich wieder das Toreschießen ja quasi wiedergefunden hat. Seine versteckte Fähigkeit hat ein bisschen gedauert, bis er die gefunden hat. Aber jetzt ist er wieder da. Und zeigt die Gegend Kaspar Schmeichel, wie eiskalt er vom Punkt ist. Es ging weiter mit Newcastle. Die waren das bessere Team. Gerade in der Anfangsphase kam von Leicester, die relativ geschockt waren. Nicht viel. Wir sehen dann hier in der 15. Minute die erste Angriffsbemühung über Inla. Und in der Mitte so ein bisschen Heckmeck. Im Endeffekt ist dann aber Elliott da und hält diesen Ball sicher fest. Newcastle in der Offensive nach 20 Minuten wieder aktiv. Emre Can mit dem Ball auf Paul George. Und tap der Ball in die Mitte. Batshuayi so schnell kann das gehen. 2-0. Auf der einen Seite ist Heckmeck im 16er. Auf der anderen Seite ist gar nichts los im 16er. Und der Defensivreie zumindest. Und Batshuayi macht sein viertes Tor im vierten Spiel hintereinander. Das war wunderbar schnell gespielt. Emre Can auf dem Tap. Der ist nicht wirklich gedeckt. Ben Alouan passt da nicht auf. In der Mitte ist Batshuayi vollkommen frei. Und dann kann auch Schmeichel nichts mehr machen. Und der Belgier trifft. Newcastle machte weiter. Wieder Batshuayi. Der versucht es aus allen Lagen. Allerdings hier abgeblockt von der Defensive der Foxes. Es wurde trotzdem immer gefährlicher. Denn Newcastle hörte nicht auf. Und tap mit der Flanke. Da ist Batshuayi. Der köpft ganz knapp vorbei kurz vor der Halbzeit. Es sieht alles andere als gut aus momentan für die Foxes. Und es ging genauso weiter. Ball auf Florian Thau. Und der macht das Traumtor. Allerdings aus der Abseitsposition der Franzose. Ja, dessen Treffer zählt hier nicht. Caspar Schmeichel im Glück zur Halbzeit wechselte. Dann lässt das City aus. Jamie Wardy ging raus. Dafür kam Leonardo Ullior in die Partie. Eventuell noch mal ein bisschen mehr Offensivpower. Vielleicht hatte Ranieri ja noch irgendeine Idee, wie es nach vorne gehen sollte. Allerdings spielte weiter nur Newcastle. Wir sehen den Ball auf Ayose Perez. Wir sind in der 63. Minute. Aber der Abschluss ist zu schwach. Und kein Problem für Caspar Schmeichel. Die Foxes auf der anderen Seite dann mit sehr viel Glück. Denn hier der Abwurf von eben mal wieder Rob Elliott. Und die Kontergelegenheit. Das ist Jean Goufran mittlerweile eingewechselt. Florian Thauvin. Und die Flanke ist alles andere als schlecht in die Mitte. Allerdings, ja, dann wieder Glück dabei. Und Paul George und Tab Schuss im Endeffekt abgeblockt. Schmeichel macht das dann sicher. Noch mehr Glück gab es ein paar Minuten später. Das ist Riyad Mahrez. Das ist Dix. Und der Ball geht über die Latte. Da ist nämlich der Rechtsverteidiger. Der McPie ist nicht mehr ganz da gewesen. James auf Mahrez. Auf Dyer, der Kopfball, ist nicht gefährlich. Aber was macht Dyer denn jetzt? Er behindert Rob Elliott und macht das 2 zu 1. Und plötzlich der Anschlusstreffer hätte niemals zählen dürfen. Dyer behindert den Torwart, den Iren beim Abschlag. Normalerweise ein klarer Regelverstoß des englischen Jungnationalspielers. Ehemaligen Jungnationalspielers. Aber so zählt der Treffer. Und Newcastle muss nochmal zittern? Fragezeichen. Nein, denn sie kommen zurück. Das ist Mitrovic. Eingewechselt. Haut drauf und macht das 3 zu 1. 90. Minute in der Nachspielzeit. Die endgültige Entscheidung. Der alte Abstand wiederhergestellt. Und das King-Power-Stadion natürlich ernüchtert. Wunderbar gemacht vom Serben, der sich hier klasse durchsetzt gegen die Verteidigung. Und wieder Kaspar Speichel keine Chance lässt. Also, nach einem 1 zu 2, das niemals fallen darf, kann Newcastle sich direkt berappeln und macht das 3 zu 1. Also, drei Offensivspieler treffen heute Perez. Eigentlich Stürmer. Momentan auf der 10. Natürlich auch Pacioyi. Und sogar der Serbe. Sogar Mitrovic kann ein Treffer für sich erzielen. Dementsprechend gewinnt Newcastle verdient mit 3 zu 1 bei den Foxes. Die nur mit sehr viel Glück ihr Tor erzielten. Eigentlich waren sie die komplette Partie über die schwächere Mannschaft. Newcastle deutlich besser in der Offensive mit vielen Chancen. Die haben sie nicht alle genutzt, aber immerhin drei. Und das reicht dann eben auch für die drei Punkte. Es sieht sehr gut aus. Denn somit haben sie jetzt vier Vorsprung vor Sunderland und immer noch ein Spiel weniger. Das heißt, auch dank Pacioyi können sie die Führung immer weiter ausbauen. Es sieht gut aus für Europa. Es sieht gut aus für Newcastle. Leicester bleibt weiter 16. Und spielt im Endeffekt 1 zu 3 zu Hause im King-Power-Stadium gegen den Tabellenfünften, gegen die McPucks. Das war schön, das war wunderbar. Doch ich frage mich ganz ehrlich, warum macht das Spiel so eine Scheiße? Ich weiß nicht, warum das kein Foul war. Da gegen, ja, also von Dyer gegen Elliot. In meinen Augen eine ganz klare Situation. Er wird beim Abschlag gehindert. Darf eigentlich nicht passieren. Und vor allem war das, es war ja auch nicht irgendwie nur, dass er den Ball gespielt hat. Sondern er hat ja auch den Keeper berührt. Also das, keine Ahnung. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. War das ein Foulspiel? War das kein Foulspiel? Hätte das abgefiffen werden müssen? Ich bin mal gespannt, was ihr da so zu sagt. Wir spielen als nächstes auf jeden Fall gegen Norwich City. Das heißt, diesmal gegen einen richtigen Aufsteiger. Nicht nur gegen einen, der sich gerade so in der Liga gehalten hat. Wir scouten vorher ein paar Spieler, unter anderem Erik Bortear. Wer kennt ihn eventuell aus der Dierer-Episode, der hebt mal bitte den Arm und lässt einen Daumen nach oben. Da würde ich mich super freuen. Wir haben noch andere Scout-Berichte, die abgeschlossen sind. Unter anderem zum ehemaligen 96er-Mamjouf. Wir haben ja nicht nur Pocognoli als ehemaligen 96er gescoutet. Sondern auch den senegalesischen Stürmer. Und der sieht eigentlich echt stark aus. 88 Kopf war präzise noch ein 82er Abschluss. Aber ist keiner, den wir wirklich brauchen. Das wäre eine Pace-Huche. So gesehen können wir den gebrauchen. Das wäre so ein großer Bulliger. Wir brauchen eher einen kleinen Techniker. Und damit Pires eigentlich einen, der notfallsweise für Mitrovic noch einspringen könnte. Also eigentlich in der Sturmspitze. Gerade auch mit Armstrong als kleinen, schnell, wendigen Spieler sind wir gut aufgestellt. Da brauchen wir nichts machen. Da können wir sogar verkaufen mit Mitrovic eventuell. Müssen wir mal schauen, was da so passiert. Vielleicht aber C nach besser. Meint ihr, wir brauchen einen neuen Regisseur? Meint ihr, da können wir eventuell den Snavon hinstellen? Oder meint ihr eventuell, da können wir irgendeinen anderen holen? Wer Veinaldo noch ein bisschen Druck macht, beziehungsweise als Ersatzspieler vom Gegenkampf? Vielleicht wäre es ja, wie wäre es mit Agi Mastur? Da wäre zumindest eine Möglichkeit. Natürlich haben wir da mit Miralas oft eine Außenposition. Beziehungsweise, wen hatte ich denn noch in der Verlosung drin? Irgendwann hatte ich noch, den ich ganz gerne haben wollte. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wer das war. Ich glaube, Hamuma, ne? War es Hamuma? Hamuma und Miralas sind ja eigentlich meine Transferziele, gerade für die Außen. Aber ich glaube, Hamuma kann auch auf Erzählen spielen. Also irgendwas finden wir da schon. Bin ich mir relativ sicher. Vielleicht ja auch irgendwas, was euch gefällt. Ich hoffe es zumindest. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von Hamuma und Miralas haltet. Bell der Vögel, die McPies, zu Gast bei den Canneries. Newcastle war zu Gast an der Carrow Road bei Norwich City. Und man hatte in der letzten Partie genau das machen können auf Seiten von Trainer MDT, was man sich ja oft hatte. Man konnte den Vorsprung sowohl auf die Tottenham Hotspurs als auch auf den direkten Lokalrivalen. Der FC Sunlight hat auch vier beziehungsweise sieben Punkte aufbauen. Das Ganze sehen wir hier in der Tabelle. Der 13. in Norwich City hat ein bisschen mehr Probleme momentan auf Tabellenplatz. 13 eben, ganz knapp vor den Abstiegsrängen. Da könnte noch einiges passieren. Ob das der Fall ist, werden wir sehen. Heute erstmal war es wichtig, dass die Canneries irgendwie zumindest einen Punkt mitnehmen. Denn das gegen die momentan sehr formstarken Männer aus Newcastle, aus Nordosten Englands, ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Spieler im Fokus, Jorginho, Wijnaldum, gerade wieder fit geworden. 22 Einsätze bisher, vier Tore in dieser Saison. Ein sehr wichtiger Spieler, der den Männern von Newcastle als Kapitän heute auf dem Rasen stand. Warum das der Fall war, sehen wir gleich. Wir gucken uns zunächst einmal die Ausstellung von Norwich an. Ruddy im Tor der Verwittaker, Mark Williamson, ehemaliger McPie. Dann Russell Martin und Mark Olson. Mulumbu, Junuzovic, Bennett und Jarvis zusammen mit Wes Hulahan im Mittelfeld. Und vorne in der Sturmspitze, Gio Messi, Mbokani, der ehemalige Mann vom RSC. Anderlecht, sehr gefährlicher Stürmer vorne drin. Der Kongolese hat bereits sieben Saisontore auf seinem Konto. Auf der anderen Seite Elliot im Kasten davor. Der Rihama, Charles Mbemba, ehemaliger Spieler von Anderlecht. Also das Duell der beiden ehemaligen Belgier. Pogba damit ausnahmsweise mal dabei. Bei Wijnaldum Mittelfeld zusammen mit Anita de Jong, Armstrong, Mitrovic in der Sturmspitze und Rolando Aarons. Das heißt, die absolute B-Elf bei Newcastle aufgestellt. Nach den anstrengenden letzten Wochen musste das mal wieder sein. Wir sehen es daran, dass damit spielt. Richtig, Sissoko, der Stammspieler, der Kapitän, ist nicht dabei. Dementsprechend sein Vertreter, Jorgino Wijnaldum, der wieder rangeführt werden sollte an die Mannschaft. Dementsprechend nur in der B-Elf zum Einsatz kam. Rolando Aarons mit der ersten Aktion der Partie. Eine Flanke, die aber abgewehrt wird. Und auf Daryl Jammert kommt. Der zieht einfach mal ab aus knapp 30 Metern. Das wird richtig gefährlich für Ruddy. Nach 15 Minuten der erste Eckball und die erste gute Tat des englischen Keepers. Auf der anderen Seite Matt Jarvis geht einfach ohne Probleme in den 16. Nach 20 Minuten zieht ab, abgewehrt. Und da ist Bennett 1 zu 0 für Norwich City. Das ging viel zu einfach da, wie sich durch die Defensive durchspielten. Jarvis ohne Probleme gegen Daryl Jammert, der gerade ins Team zurückgerückt war für Diggs. Seine Seite komplett vernachlässig, dann gut in die Mitte gezogen. Der Abschluss ist nicht so stark, aber da kann er gegen den verdeckten Schuss der Keeper. Rob Elliott absolut nichts machen, wehrt ihn in die Mitte ab. Und dementsprechend muss dann Bennett nur noch einschieben. Es stand 1 zu 0. Newcastle versucht zurückzukommen, scheiterte aber öfter an der starken Defensive von Norwich City, die richtig gut stand. Hier Wijnaldum, bestes Beispiel mit den Übersteigern. Allerdings ist Whittaker da und Herr Schottel macht das ganz abgeklärt. Und kurz vor der Halbzeit verhinderte hier, dass es weiter gefährlich wird. Und eventuell noch der Ausgleich fällt. Norwich geht also an der Carrow mit 1 zu 0 in Führung und hält das bis zur Halbzeit. Das hat es zuletzt vor sieben Spielen gegeben. Eine ordentliche Bilanz. Der Torschütze war übrigens nicht Bennett, sondern Wes Hulahan. Ich entschuldige mich für dieses Vertun. Allerdings ist es nicht wichtig, denn es machte weiter Norwich City. Das Spiel, es war nicht die einzige Aktion in der Offensive. Die spielten richtig, richtig guten Fußball. Hier der Ball allerdings rausgeklärt. Erstmal von Rob Elliott und der Konter eingeleitet für die Magpies. Das ist Joan Goufra heute auf der linken Seite beheimatet. Setzt sich da durch gegen Williamson. Macht das wunderbar. Allerdings wird das Ganze abgefilfen. Keiner weiß warum. Es ist ein Foul gewesen an Ujija Ofoe. Im Mittelfeld kein Foul, aber er hat sich verletzt. Normalerweise müsste Newcastle mal zurückzukommen. Aber Whittaker spielt einfach weiter. Das war eine richtig unfaire Aktion. Und das machte Newcastle richtig wütend. Sie konnten allerdings nicht antworten. Der ausgewechselte Aarons auf der Bank bekam sogar später noch die gelbe Karte. Goufra war übrigens für ihn in die Partie gekommen. Er hatte sich zu lautstark beschwert. Da nach dieser Aktion gegen Ujija Ofoe. Beziehungsweise nach dem nicht zurückgespielen Ball von Whittaker. Wir springen in die 81. Minute. Da gab es mal ein Eckball. Das heißt nochmal eine größere Chance für die Magpies. Wernaldum bringt den in die Mitte. Da steht Jack Colbeck ebenfalls eingewechselt. Nochmal Wernaldum mit der Flankenchance. Ball kommt in die Mitte. Aber ganz, ganz schwach. Goufra nochmal an der Außenbahn. Hat die Chance, sich da irgendwie durchzusetzen. Schön gemacht. Die Flanke in die Mitte. Und da steht Dien De Jong mit dem Fallrückzieher. Aber Ruddy ist wieder da. Und verhindert zum zweiten Mal und zum dritten Mal. Riesenchancen der Magpies. Das war der Nachschuss von Chance dem Bemba. Allerdings brachte der nichts mehr. Denn es blieb beim 0 zu 1. Erst in der 90. Minute nochmal die Chance. Ball auf Jean Goufra. Wieder frei vom Tor. Und Ruddy ist wieder da. Und verhindert erneut das Gegentor für Norwich. Es blieb also beim 0 zu 1. Und die letzte Chance der Partie. Die hatten die Canneries. Das ist der Ball nochmal auf Hoßen. Das ist der Ball auf Matt Jarvis. Und eine wunderbare Parade von Rob Elliott. Der verhindert hier in der letzten Aktion der Partie gerade noch das 0 zu 2. Es macht aber nichts mehr. Denn tatsächlich. Die Canneries holen nicht nur einen Punkt. Nein. Sie holen drei Punkte gegen die Magpies. Der war den 13. Stürzt den Tabellenfünften aus seiner Siegesserie. Und das durch das Tor von Wes Hulahan. Insgesamt hatte Norwich gerade mal zwei Torchancen. Die letzte haben wir gerade gesehen. Die wurde verheiltet von Rob Elliott. Die erste konnte er nicht endgültig klären. Und dementsprechend war der Ihre da. Staubte ab. Und stürzt den Newcastle in Tief. Die verlieren 0 zu 1 an der Carrow Road gegen Norwich City. Unglaublich. Wir sind so gut momentan drauf. Und dann schaffen wir es. Okay, es war die BF. Es war die BF. Das kann man mit entschuldigen. Aber dann schaffen wir es nicht den Ball ins Tor zu kriegen. Das war gerade in der letzten Aktion. Mit De Jong mit seinem Pfeilrückzieher. Und dann auch mit Bembert. Der da auch noch scheitert. Sehr, sehr bitter. Aber nichtsdestotrotz haben wir immer einen einen Punkt Vorsprung. Und ein Spiel weniger als unser direkter Konkurrent Tottenham Hotspur. Ich hatte wirklich fest im Kopf, dass Sunderland hinter uns steht und nicht Tottenham. Habe ich mich vertan? Tut mir leid, habe ich auch in der ersten Partie so kommentiert. Aber sowas passiert. Ich denke mal, das ist nicht allzu schlimm. Ich habe da wirklich nicht drauf geachtet, wo wir stehen in der Tabelle. Weil ich mir relativ sicher war. Habe nur darauf geachtet, wo Lester steht. Von daher passieren solche Fehler mal. Aber ich denke mal, so schlimm ist es nicht. In der nächsten Partie, in der nächsten Woche, beziehungsweise in der nächsten Folge, logischerweise, geht es dann gegen Stoke City. Wir sind nicht mehr weit entfernt vom Ende der Saison. Das heißt, es sind die entscheidenden Phasen, beziehungsweise die entscheidenden Schritte, die wir noch gehen müssen. Unter anderem auch im Training. Wir sehen die Michi Batshuayi, genauso wie Aarons und Pavon mit Okay-Ergebnissen. Bembert mit einem Guten und Perez mit einem D. Kann auch mal passieren. Ist in Ordnung. In der nächsten Episode muss ein bisschen was besser werden. Zumindest, was beispielsweise Aarons angeht. Ich weiß nicht, was mit dem los ist momentan. Hat am Anfang der Saison sehr, sehr gut gespielt. Wurde dann so ein bisschen abgelöst. Gerade auch von Paul George und Depp. Und seitdem ist da irgendwie nichts mehr los bei unserem Nachwuchsspieler. Da muss was passieren. Mal sehen, was mit dem machen. Vielleicht verleihen wir ihn. Schreibt es mal in die Kommentare. Was meint ihr? Soll man den Jamaikaner verleihen? Oder soll man behalten? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Und schaut dann. Haut rein. Und schaut dann. Haut rein.